Wie man einen Drahtbruch vom MIR-Roboter-Draht repariert, zeige ich euch heute. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine Rohrpumpenzange, wir brauchen einen Abisolierer und eben den Konnektor. Alles drei verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ganz normal einige Millimeter einfach abisolieren. Wir sehen, wir stecken den Konnektor erstmal auf. Standardmäßig stellt sich nur die Frage, wie weit schneiden wir die zweite Seite runter und nein, wir schneiden sie nicht runter. Also alles, was ich gerade gezeigt habe mit dem Anpassen etc. Vergiss mal, wir schneiden wieder ein Stück weg. Bitte die Reste nicht im Garten verteilen. Das ist ganz umweltschädlich. Auch hier ganz normal ein Stück abisolieren. Ich gehe in die Nahaufnahme. Stecken die zweite Seite auch in den Konnektor rein. Insgesamt haben wir drei Anschlussmöglichkeiten. Ich nehme dann immer standardmäßig die beiden äußeren. Wir müssen die Drähte bis nach hinten hindurch stecken und den grünen Knopf reinpressen. Auch wenn es so wirkt, wird es nicht reichen von Handkraft, das reinzupressen. Immer wieder meckert dann euer Rasenmäherroboter wegen einer verlorenen Verbindung. Ich gehe nochmal in die Nahaufnahme rein und gucke genau auf die eine Kante, die ich mit dem Pfeil markiert habe. Und hier sehen wir, wie das Ganze weiter nach innen rutscht. Nun schauen wir uns die Verbindung mal vernünftig an. Wir sehen, die Kupferadern gehen wirklich bis zum Anschlag hinten rein. Das muss bei euch genauso aussehen. Und ja, ich habe es mit Muskelkraft versucht. Es hat nicht funktioniert. Nimm bitte die Rohrpumpenzange, dann erspart ihr euch Ärger. Was machen wir jetzt mit dem restlichen Draht? Wenn ihr jetzt den Draht zurückgeschnitten hättet, wäre die erste Frage, wie viel schneidet man eigentlich überhaupt wirklich zurück? An anderer Stelle wird euch wieder ein Drahtbruch bei euch erfolgen irgendwann, wenn ihr das Kabel nicht verbuddelt habt. Bei mir war es jetzt beim Vertikutieren passiert. Und ich gehe dann bei und nehme die Spieße an einer Stelle raus und wickele dann den Draht mehrfach um den Spieß herum und stecke ihn in den Boden wieder rein. Mein Mähroboter, der stört sich daran nicht, wenn ich das mache. Das hat bisher keine Probleme gegeben. Und wenn ich beim nächsten Mal einen Drahtbruch habe, dann weiß ich ungefähr, wo ich meinen Drahtvorschub habe und hole mir es da weg. An der Stelle das Übliche. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Für weitere Videos natürlich abonnieren. Denn sollte irgendwas in dem Video nicht vollständig gewesen sein oder ähnliches und du noch Fragen hast, dann schreib es doch einfach in die Kommentare. Ich gehe da gerne drauf ein. Und an dieser Stelle euch noch einen schönen Abend. Bis denn. Tschüss.